Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Warlock 2 The Exiled. Wir waren stehen geblieben, dass ich die andere Welt betreten hatte und da schon mal eine Stadt übernommen oder eingenommen und eine Stadt gebaut hatte. Genau hier. Und dann setzen wir mal weiter an. Wir wollen ja das Königreich Adania erreichen, ist ja das Ziel in der Kampagne. Hier. Und da wollen wir natürlich hin. Ich werde hier mal weiter. Ich werde hier mal jetzt auf Essen drücken, weil hier plus 50% ist. Genau. Machen wir mal da hin. Stufe der Einheit Öhn. So, dann machen wir mal Erfahrung. Du kannst rasten, damit der Energie vollkriegt. So, gucken wir uns mal die andere Seite an hier. Die waren, glaube ich, alle... Ach ja, ich habe einen Albtraumwolf hier unten besiegt. Der ziemlich hart war. Jetzt kommen die Patrouille. Boah, sind die stark. Das gibt es ja gar nicht. Mal die Vampire schießen. Elfenbogen schützen habe ich auch noch. Sehr schön. Und weg ist er. So, du gehst mal da hin. Nimmst er mal ein. Dahin? Achso, da war auch verdammt. Oh, okay. Da unten sind auch noch welche. Die wollen wir auch gleich mal. Niederknüppeln. Da unten sind auch noch welche. Meine Geister kosten ja nur Mana zum Glück. Die werden wir mal da, ich sag mal, opfern. Genau, ich baue jetzt hier mal. Und wo habe ich denn hier? Ach ja, ich habe ja die... Ja, die Frage ist natürlich, soll ich... Auf Götter gehen. Ich kann ja mal gucken, was für Zauber die haben. Äh, lass mich mal raus hier. Nein. Da. Schild des Chaos, Skelette bei Rufung, ist jetzt... Benötigt Ansehen zum Viren. Wenn die Frage ist, jetzt welches Ansehen ist, dann jetzt... Ach egal, ich baue jetzt einfach mal. Ich baue jetzt einfach mal... Welche hört sich hier gut an? Krypto hört sich gut an. So, den baue ich jetzt mal. Kackfrech. So, hier, raus am toten Wald, fertig. Äh, ja, ihr könnt ja stehen bleiben. Obwohl, geh du mal da hin. So, dann werden wir wieder den Zug und weiter geht's hier. Wird auch nicht mehr allzu lange dauern, denke ich mal. Dass ich da fand hier durch ist. Und, ja. Es geht aufwärts mit dem Kanal. Habe ich ja letztens schon gesagt. Immer mehr Aufrufe und Kommentare und Likes teilweise und sowas. Das ist... Also ich sage ja immer wieder, es freut mich ungemein. Wenn es so, ähm, so geht, sage ich mal. Ich wollte gerade sagen, ob ich hier nicht... Aha. Wenn es so geht. Weil, wie gesagt, das macht mir Spaß. Das macht euch Spaß. Und wenn man... Ohne Spaß ist das natürlich der letzte Dreck. Ah, ich habe die... Irgendwas habe ich hier erforscht. Ich glaube, das hier. Hat ich hier erforscht. Genau. Genau, genau, genau. So, Zauber erforschen. Jetzt erforschen wir dann als nächstes. So, da brauche ich noch... Da brauche ich nur noch einen. Das heißt, ich werde hier mal einen erforschen. Ich werde mal... Äh, Land absinken. Genau. So, Stufe der Einheit erhöhen. So, du kriegst das. Stufe der Einheit erhöhen. Du kriegst... Resistenz mal. So. So, mach nie. Wie kommt man da hin? Die Höhle kaputt machen. Genau, 80 Gold. Dann laufe wir mal da hin. Dann muss ich mal hier gucken, ob hier noch irgendwo was ist. So, nächste Runde. Was? Nimm das Geld, Hexe. Achso, die hier. Ja, hier. Kriegst du die 1000 Gold. Äh. Ich fiel am Fluch zum Opfer. Also ein Schiff für dich in den Seeungeheuer. Im Schiffswrack. Und ihr könnt es euch holen. Am Schlangengriff. Wo ist das denn? Huh? Also gar nicht. So, die können wahrscheinlich jetzt sterben. Natürlich. Ja. Ja. Und da unten ist noch einer. Kommt man da immer an. Die Wehrwölfe. Oh, die Elfen. Sind auch nicht schlecht. Muss ich ja mal sagen. Aber machen auch gut Schaden. Da ist nochmal. Was sind denn das für welche? Kann ich gar nicht angreifen. Na, gleich. Ja, die können auch jetzt nicht angreifen. Ja, ich kriege euch noch Warten ab. Ja, mach du mal Schaden. Ja. Und du kriegst... Mehr Erfahrung. Ach, das ist Kriel. Kriel, der Boss. Könnte sein, dass der hier so eine Stadt... Ach, er zaubert da wieder. Na, der hat ja nichts gemacht. Aha. Aha. Nee. Was ist denn das? Sumpf macht der da. Das Schwein. Der Hut, das soll mir ja egal sein hier. Ach, jetzt kostet er doch noch mehr Kohle hier. Super. Die Sau. Ich baue jetzt mal... Ich baue jetzt... Was baue ich denn hier? Was fehlt mir? Gold. Bin ich eigentlich mehr gebrochen? Dann baue ich mal ein Finanzamt. Ein Finanzamt. So, und du greifst ja immer die da an. Die Diebin. Außer du knüppelst die halt mal weg. Danke. Und du greifst mal die da an. Da ist das Tor. Ja, meine Geisterwölfe ist nicht zu spaßen, Freunde. Die greifst mal da unten weiter an. Das war noch nicht kaputt. Kann ich da drüber? Ja. Oh, noch nicht ganz. Schade. Krill, der Boss. Ist das mein... Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich das? Ach ne, ich hab ja drei. Ja, dann ist das einer von meinen Gegnern. Sein Problem, würde ich sagen. So, mal kurz die Bären hier. Sauber. Fast ungenockt. Wieder mal angreifen noch. Tot. Ja. Sehr gut, dann können wir das auch noch platt machen. Ja. Dann wollen wir gleich mal da weiter wieder rüber gehen. Wollen wir mal ein bisschen weiter da. Machen soll. Jetzt kann ich die nächste Runde. So, Landerhebung, Basisband, Kobold herbeirufen kann ich jetzt. Die sind auch nicht schlecht. Die haben zwölf Angriff. Sehr schön. Großer Band. Dann wollen wir die auch mal direkt erforschen. Weil, ähm, herbeirufen, Sauber sind mit am besten. Weil, äh, ja gut, was heißt mit am besten? Am besten ist jetzt übertrieben. Aber die sind halt richtig gut, weil man dadurch natürlich richtig viele Einheiten produzieren kann auf einmal. Die nur Mana kosten. Das kann vom Vorteil sein. Weil die Schadenszauber teilweise sind halt nicht so gut, weil... Was ist das denn hier? Ach ja, man kann auch ranzoomen. Sieht aus wie so ein paar Bauern. Ach, ihre Bauern steht da, oder? Noch nicht schlecht. So, hier unten war ein Tor. Und da ist ein Tor. Hm. So, da oben kann ich auch... ...ein... ...gebäude wieder bauen. Dann bauen wir doch hier ein... ...Kornspeicher noch hin. Umso mehr Nahrung kriegen wir. Man muss halt immer gucken, dass man so eine... ...so eine, ähm... Wow. Ja, oh, nicht wenig Schaden gemacht. Man muss immer so eine ausgewogene... ...Dingens haben hier. Dass man alles... ...mach... ...bekommt auch vor oben, ne? Oh, die können aber was. Muss ich mal sagen. Wow. Die können aber wirklich was. Was ist das denn für welche? Leben 100? 42 Schaden. Huh. Das ist aber nicht wenig, muss ich sagen. Das ist wirklich nicht wenig. Ach, nein. Ich wollte doch da die Stadt. Ups. Dann wollen wir mal noch... ...nach mal hier ein paar Bogenschützen bauen. Würde ich mal sagen. Ja, genau. Ich kämpfe mit denen. Ja, sauber. So ist das gut. Sehr schön. Haha. Vielleicht mal die Diebenen angreifen hier. Der Mann hatte irgendwo eine Stadt oder so. Ich weiß es nicht. So, die Diebenen sind schon mal tot. So, zum nächsten. Die auch angreifen. So, Gebäude kann ich wieder... Oh, da oben kann ich ein Gebäude errichten. Sehr gut. Dann gucke ich mal... Habe ich hier Kürbisse? Muss ja irgendwie. Eisen habe ich hier sogar. Das ist cool. Habe ich schon irgendwann, weil ich auf Eisen bauen kann? Nö. Was für was brauche ich denn nochmal Eisen? Schmiede, Gruff, die habe ich schon. Seelenmühle. Ach ja, die könnte ich hier auch bauen. Dann könnte ich Geister bauen. Die sind auch richtig geil. Zuchtgründe. Ah ja, das ist hier irgendwas anderes. Kann man hier nicht gucken, dass man dafür... Wofür man was braucht? Das ist nur das Wort. Das ist doch hier. Ne, das sind Rüstungen, glaube ich. Adamant. Hm. Gold. Gießerei. Keine Richterworte aber auf Eisen. Ja, warum kann ich das nicht bauen? Fragezeichen? Ich habe doch hier Eisen. Oder geht das zur anderen Stadt? Weil Kürbis? Ist ja irgendwo, wo ist denn? Wo soll denn da Kürbis sein? Ebenen? Hm. Da ist die Gruft? Hier? Ja. Das ist eine gute Frage. Was soll denn die Kürbis sein? Irgendwo? Hier ist doch nirgendwo Kürbis. Ach da. Mein Gott, da drüben. Gibt es ja gar nicht. Aber ich werde jetzt... Ich weiß nicht. Geisterwürste für Klassen. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Geisterwürste für die Vampire ist das, glaube ich. Aber ich möchte gerne die Seelenwille bauen für Geister. So. So. Andere... Andere Seite hier mal mit... Ach so, die waren schon alle fertig. Alles klar. Ich verstehe. Wir sollten nicht auf meine Vampire schießen. Die Hunde. Wir sollten jetzt mal ein Feld vor. Gucken, ob hier los ist. Nix. Okay. Na dann. Na dann. Darum kommen sie wieder. Und meine Vampire sind tot. Da sind sie, die irren Bauern. Boah, 23-Kritscher-Treffer. Und was machen die? Kann ich den auswählen schon? Wo ist er denn? Cool, Alter, aber auch. So, Freunde. Ihr seid mir relativ egal. Kross. Da hätten wir eben kurz gestorben. Kein Problem. Ey, was sind das denn für Viecher? Die möchte ich haben. 100 Leben. Und die machen nur so wenig Schaden. Das ist echt arme. 27 Schaden. Und was macht das? Zack. So ein kleines... ...Stückchen da weg. Gibt es ja gar nicht. So, jetzt wollte ich da oben weitermachen. Marische Barriere. Prophetenträume. Während der Segen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt machen wir das. Ja. Da ist gut. Da wollte ich mal die Siedler ankommen. Was sagt denn? Er hat Spaß mit seinen Zaubern, ehrlich. Das ist aber dreist. Hat der jetzt wirklich meine Gebäude da kaputt geschossen? Der hat tatsächlich meine Gebäude kaputt gemacht. Was ein Hund. Was ein Hund. Kann ich ja nicht Land erheben auch irgendwie. Kann ich nicht. Noch nicht, ne? Ach, das ist doch ein Penner. So. Wollte ich mal gesagt haben. Was hat denn das alles abgerissen? Komisch. Kann ich die Gießerei? Ach so. Meine Bruder, die Gießerei. Jetzt mal eben. Ritter ist gekommen. Kann ich mir nicht leisten gerade. Schade. Da ist nämlich auch noch eine richtig gut. Naja. Da sind auch Gebäude platt gegangen. Denke ich mal. Aber der kann wahrscheinlich jetzt auch gerade nichts bauen. Oh, was ein Sack, ey. Was ein Sack. Gibt's ja gar nicht. Mal gucken, dass ich die da eigentlich mal kaputt kriege. Irgendwie. Oh, jetzt kann der wieder nichts machen. Du, danke. So, dann kriegt der noch mal einen Feuerball. Um die Ohren hier. Immerhin 25 Schaden. Ja, jetzt ist er irgendwie schon mal rot. Der ist ja auch ein böser Zauber, den er gemacht hat. Echt mal. 29 Schaden. Die sind echt der Hammer, die irren Bauern. Muss man ehrlich mal sagen. Die sind immer noch nicht tot. Ich gehraut. So, die Geister müssen wir jetzt... Ne, kann ich jetzt gar nicht, weil irgendwas ist platt gegangen. Geruft. Seelenmühle. Warum war ich nicht zweimal Seelenmühle? Ah, ne, Mana-Gewölbe. Irgendwann ist es kaputt gegangen. Ich denke, ich glaube, der hat die Mana-Falle. Genau. Ne. Genau, ja nicht. Mana-Gewölbe. Forderlich für Mana-Zucht. Egal, warum wir die erst mal. So. Du. Kriegst du mal hier Resistenz. Da kommt schon wieder ein Siegler durch. Zwei sogar. Und ein großer Sturm. Ach, das ist ein Eld. Müsste das sein. Alles klar. Die sind nur noch nicht kaputt. Jetzt aber. Dankeschön. Hä? Was ist das denn? Äh. Was ist das? Die kommen wieder? Das finde ich aber jetzt dreist. Ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt aber echt dreist. Ich muss noch ein Feld knippeln. Oh, das ist aber... Ne? Das ist nicht so toll. Puh. Mühle. Bauen wir auch noch hier hin. So, mit Nahrung. Schufe der Einheit erhöhen. So, noch hier. Kraft. Kraft ist gut. Ach, das ist ja jetzt richtig scheiße. Mal gucken, dass wir den Helg kaputt kriegen. Erstmal. So, mach dich mal weg hier. So, mach dich mal weg hier. So, dann gucken wir mal, dass wir den Südland noch kaputt kriegen. Aber auch noch nicht. So, hier kann ich auch wieder was bauen. Da werde ich mal... Was brauche ich denn jetzt hier? Ich könnte natürlich erstmal einen magischen Turm hier hinbauen, damit ich schießen kann. Falls da einer kommt. Dann mache ich jetzt auch. So, Stufe erhöhen. Fernkampf schaden. Auch schön. So. Oh, sehr schön. Dann werden wir jetzt mal... Die Schwäche. Ja, und ich muss leider auf die Greife angreifen. Das ist... Ist leider so. Anders geht's nicht. Hm. Oh, 50 Schaden haben die jetzt gemacht. 22. Das gibt's gar nicht, was die ausheilen. Das ist echt eine wahre Part. Ich habe jetzt, keine Ahnung, über 100 Schaden gemacht. Und trotzdem... Ich bin nicht kaputt, aber... Oh, ein Fernkämpfer. Den werde ich mir doch mal holen. Sehr schön. Der müsste natürlich jetzt in der Hauptstadt stehen, glaube ich. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Den werde ich auch direkt mal da durchschicken. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Kann ich eigentlich auch Land auf anheben? Da müsste er hier unten sein. Landschaftsabsenkung. Da eine Landschaftserhebung ist das. Aber ich habe mal vorher schon, das ist besser. Genau. So, und die Runde mache ich jetzt eben noch. Nein. Danke. Mal ein Stück zurückgehen. Besser ist er. So, die Runde mache ich jetzt noch. Aber immerhin, sieben Schaden ist besser als nichts. So, nochmal. So, das war doch dann wieder von der Folge. Wie gesagt, kommentieren, liken und ein Abo. Lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.